Das hier ist alles schon ein großer Erzbeer. Trinkseite. Hier ist ein Haufen Neubaugebiet. Große Erzbeer. Ja, hier ist das. Alles groß hier. Hier liegt ganz in der Nähe von Freiweide. Und Neubaugebieter ist auch nicht weit. Wenn ihr Arbeitskräfte braucht hier. Da gibt es ein wunderschöpfliches Reservoir. Neubaugebieter. Das sieht gerade aus. Das ist ein Wunderschöpfchen. Das ist ein Wunderschöpfchen. Das ist ein Wunderschöpfchen. Das ist ein Wunderschöpfchen. Musik Hier gibt es ja kaum Auffälligkeiten. Die Laster fährt hier nur ein bisschen, dass das ganze Tages geschehen wird. Und hier kommt natürlich noch ein spannendes Beort. Ich kann auch nur sagen, dass man ein großer Espel ist. Tschüss.